Ich begrüße euch zu meinem neuen Themenvideo aus der Reihe Denkmal drüber nach. Mein Name ist Jörg Schock und heute geht es um das Thema Globalisierung. Wenn euch dieses Video gefällt, würde ich mich über einen Daumen hoch und ein Abo meines Kanals sehr freuen. Um kein Video zu verpassen, aktiviert einfach die Glocke. Die Welt wird immer kleiner und die Länder rücken immer näher zusammen. Das hat viele Vorteile, versterbt aber auch massive Probleme. Es gibt Themen, die auf globaler Ebene besser organisiert und erledigt werden können als im eigenen Land. Auch für den Austausch von Gütern, die in einem Land nicht in ausreichender Menge hergestellt oder angebaut werden können, ist ein globaler Austausch von Vorteil. Wenn man allerdings versucht, Dinge global zu organisieren, die bis in das Schlafzimmer des Bürgers hineinreichen, ist Globalisierung ein Nachteil. Im weltweiten Austausch werden Waren gehandelt und verschickt. Wenn bei uns gewisse Sorten an Obst und Gemüse aufgrund von klimatischen Bedingungen nicht wachsen können, stellt es einen Vorteil dar, wenn diese Güter auch aus weiter Ferne importiert werden. Genauso, wenn Waren nicht in ausreichender Menge hergestellt oder angebaut werden können, um die eigene Bevölkerung damit ausreichend zu versorgen. Nachteilig wird es, wenn Waren aus anderen Ländern eingeführt werden, die wir durch eigenen Anbau oder eigene Herstellung in ausreichender Menge zur Verfügung haben, nur um die Preise zu drücken. Diesbezüglich wäre ich für eine Importbeschränkung von Waren, die in ausreichender Menge im eigenen Land verfügbar sind, oder so hohe Zölle, dass sich der Import von diesen Produkten finanziell nicht mehr lohnt. Es sollte auch sichergestellt werden, dass es kostengünstiger ist, so viel wie möglich im eigenen Land herzustellen, um sich nicht von anderen Ländern abhängig zu machen. Alles, was im eigenen Land hergestellt wird, muss auch in erster Linie der eigenen Bevölkerung zur Verfügung stehen und erst dann exportiert werden dürfen, wenn es sich um eine Überproduktion handelt. Der Import des einen ist der Export des anderen. Wir sollten, wenn wir Güter exportieren, nicht nur auf den Profit achten, sondern auch Verantwortung zeigen. Wir sollten demnach nur so viel mehr produzieren oder mehr anbauen, wie auch tatsächlich sicher in anderen Ländern benötigt wird, ohne anderen Ländern einen Schaden zuzufügen. Um Müllberge zu vermeiden, sollten wir auch nur so viel importieren, wie im eigenen Land benötigt wird. Beim Export gilt es darauf zu achten, dass nur Güter exportiert werden, die im Empfängerland benötigt werden und keine dortigen Wirtschaftsbereiche beeinträchtigen. Es fügt dem Empfängerland nur einen Schaden zu, wenn wir zum Beispiel Fliegengitter in ein Land exportieren, welches diese in ausreichender Menge selber herstellen könnte. Es steht dem nichts entgegen, wenn die Produktionskapazitäten eines Landes ausgereizt sind und diese Fliegengitter nicht jedem Bürger des Landes zur Verfügung stehen, unsere Überschüsse dann anzubieten. Zur Verantwortung gehört aber auch, dass wir nicht den Bestand anderer Länder von bei uns benötigter Ware aufkaufen, obwohl diese Länder diese Waren für die eigene Bevölkerung dann nicht mehr ausreichend zur Verfügung haben. Wenn wir es mit Fairtrade und Nachhaltigkeit wirklich ernst nehmen, müssen unsere Preisakzeptanz von Importware auch die Arbeitsbedingungen des Handelspartners berücksichtigen und möglich machen. Um es zusammenzufassen, Import und Export sollten auf das Notwendigste beschränkt werden. Es ist unsere Verantwortung als Wirtschafts- und Industrienation, dass unsere Im- und Exporte niemand anderen ausbeutet. Vielmehr sollten wir auch Know-how exportieren, sodass jedes Land die Möglichkeit bekommt, auf eigenen Füßen zu stehen. Globalisierung, vernünftig genutzt, kann vielen Ländern helfen, den Hunger besiegen und sogar Kriege verhindern. Momentan führt die Globalisierung noch zum Ausnutzen und Ausbeuten von schwachen Nationen. Die Globalisierung hat auch für die Schaffung weltweiter Organisationsstrukturen geführt. Die WHO, die UN, die WTO und viele weitere kommunizieren und agieren weltweit, um Probleme zu lösen, die durch einzelne Nationalstaaten nicht gelöst werden können. Die Machtstrukturen dieser Organisationen haben allerdings auch negative Auswirkungen, wenn sich auf globaler Ebene mit Inhalten beschäftigt wird, die in den Nationalstaaten besser aufgehoben sind. Supranationale Organisationen wie die EU beeinflussen heute schon die Politik der Nationalstaaten bis in die Haushalte der Bürger hinein. Wenn nur auf europäischer oder globaler Ebene eine Angelegenheit geklärt werden kann, machen solche Organisationen einen Sinn. Dennoch, alles was auf nationaler Ebene geregelt werden kann, darf nicht durch diese Organisationen angetastet werden. Ein Video zum Thema Europa und EU findest du oben unter dem i. Aber wie seht ihr das? Sagt mir in den Kommentaren, ob ihr meine Ansichten teilt oder ob ihr anderer Ansicht seid. Ich würde mich freuen, mit euch über dieses Thema diskutieren zu können. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch sehr freuen. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Ich würde mich freuen, euch bei meinem nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Teilt das Video mit euren Freunden und Bekannten. Ihr könnt mir auch gerne auf Facebook, Telegram oder Twitter folgen. Euer Jörg Wenn ihr das Video bis hierhin verfolgt habt, werden euch die angebotenen Videos sicher sehr gefallen. Schaut auch gerne in die Playlist, wo ihr viele weitere Videos findet, um darüber nachzudenken. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren.